ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von let's play force wir spielen heute squad rush also mit wir meine ich hier der delta und der panos denn kein anderer ist im moment hier und erstmal hier direkt verteidigen die base ist jetzt schon wieder hin das spiel hat ja schon angefangen wie wir ja gerade sehen können ja mal schauen was wir hier noch reißen können alter vater nein du kannst nicht rein richtig jetzt kommst du schon mal rein ja die base schon weg dann werden wir wohl bei der nächsten besser aufpassen müssen und wir machen was ganz besonderes wenn hier wir die m5k und c4 und dann machen wir c4 camping das soll ja auch eine ganz geile sache seien ach so und ja bevor ich dazu wieder vergesse egal wer von euch lust hat bei einem let's play mitzumachen er braucht einfach nur abonnieren das wäre nett uns auf facebook suchen und kontaktieren konnten ja nicht kontaktieren der freundschaftsanfrage schicken und ja und uns schreiben euer psn-name und bei welchen let's player mitmachen möchtet bf3 gran turismo gta egal was und ja was können die dann noch machen ja es leckt rum wie eine sau das ist nicht so toll ja und dann könnt ihr auch schon mitmachen und es wurde gesprengt wie lecker war das ich glaube ich kaufe mir schon ein paar tage so und auch heute ich habe keine ahnung was ich hier machen soll ne ich bin einfach nur rum alter ich bin so geil alter ich bin so geil weil wieder schon wieder meine m5k richtig gut du bleibst du nun also es gibt keine waffen werden jetzt auch drei im Moment vor Ort das ist Stimmt hin. Ah, ich spiel jetzt auch mit 490. Aber ich brauch sonst was. Alter, wenn ich mit der M5K spiele, dann gibt es gar nichts mehr. Dann fallen die um wie die Fliegen her. Und das ist keine Noob-Waffe. Das ist einfach nur eine hammergeile Waffe. Wenn es eine Noob-Waffe wäre, dann wäre das eine Waffe, die nur ich spielen könnte. Und die nur ich hätte. Aber ihr könnt sie ja auch nehmen. Also warum soll das eine Noob-Waffe sein? Keine Ahnung. Sie ist einfach nur hammergeil. Und Noobig. Na, Spaß. Ich bringe ein wenig C4 an. C4, das ist schon ein bisschen Noobig. Aber das muss auch manchmal sein. Also ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen. Warten, dass die Gegner kommen und die abknallen. Das ist nicht Campen, das ist taktisches Warten. Die sind unter uns. Alter, Vater. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Wo ist er? Alter. Alter, Vater, was machst du? Bist du am Träumen? Bist du am Träumen? Bist du am Träumen? Alter, Vater, ich weiß. Ich weiß es. Die kommen mich jetzt holen. Das weiß ich jetzt schon. Na, die spawnen bei dir. Guck mal, guck mal, guck mal. Das weiß ich jetzt nicht erwartet, dass du ihn noch triffst. Da lag ja da. Scheiße, da ist noch einer. Okay. Ah, scheiße, hab ich nicht gesehen. Warte, ich wieder verlieb dich. Oh, da liegt einer in der Eifel. Komm, wir holen noch. Ach, Mann. Alter, ach scheiße, ich muss ihn entschärfen. Ah, feig. Ich hab schon so oft nicht, äh, Squad Rush gespielt. Oder Rush. Ich wusste jetzt gar nicht, wie man entschärft. Kreis. Wat? Ah, ich hab noch betroffen mit meiner G18. Oh, mit Schalldämpfer? Ne, ohne Schalldämpfer. Ich spiel nicht mit Schalldämpfer. Ne, ne? Vier Tickets und die machen jetzt scharf. Komm, die holen wir. Komm. Nein. Vier Tickets. Ja. Aber 9 zu 2. Oh, lass mich rein in den Squad bin ich, oder was? Warte nicht rein, nicht rein gehen. Ah, jetzt. Ja, ich krieg nur einen, oder was? Ach, dafür hab ich den anderen. Alter, wir haben verloren. Aber für so wenig, noch weil ich geloopt habe, hätte ich den einen, äh, gesehen und erschossen, dann hätte man nicht verloren. Aber, was soll man sagen? Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mit zu Let's Playen, egal was für ein Spiel, auch Spiele, die wir nicht haben, dann holen wir die uns einfach. Einfach nur Bescheid sagen, dann machen wir das schon. Und somit verabschieden wir uns schon mal. Die Ribbons haben wir geschaut. Die KD von 2,50er. Naja, manche werden jetzt bestimmt schreien. Du, du, mit einer 11,5K. Aber Alter, das hätte ich auch mit einer KH gemacht. Also, nicht meckern. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.